Und seit herzlich willkommen zu meiner weiteren Runde TeamRank. Nachdem das letzte Spiel so richtig geil gewonnen wurde, wollen wir jetzt direkt weitermachen. The Real Lockdown ist dementsprechend auch wieder mit dabei und den Rest kennt ihr ja der Reiskörner. Wir haben gerade gewartet. Wo ist der Hook? Alter, der Jannah-Kack kam. Bist du, ey, das heißt, Hook nicht früher? Nice, Hook. Ich trete dir dein dreckiges Gesicht. Ganz im Ernst, ey, da war auch genug Zeit zum Hooken eben gerade. Ja, da war er aber auch direkt neben mir. Was soll ich denn denn Hooken? Guck mal, die kommen. Dass er nicht wegläuft vielleicht? Die kommen nochmal. Das hier hochgeht. Oh nee, hier ist Uri, schade. Na gut, whatever. Ähm, ja, ihr habt schon gehört, Deko ist dabei. Morbostas dabei, Eddy ist dabei. Ja, ich komm hier rüber, Hook hier rüber. Scheiß drauf, das klappt nicht. Doch, das klappt. Wir müssen nur danach da reingehen. Wir müssen nur dran glauben. So, es klappt rein. Was hast du geskillt, Deko? Aber hier ist gewardert, die wissen das. Ach so, okay, stoppt. Dann hook ich ihn einfach so, weil ich's kann. Mach doch schon mal ein Camp, Deko einfach. BW2. Ich mach das nur mit Marokoi eigentlich. Geht das mit dem Scream? Ja, Q ist glaube ich besser. Nimm Q. Ich hab schon ein Scream. Oder E. Alles egal, es geht auch mit Scream. GG, Alter. Ich sterbe. Ich hasse es mit Thresh, diese Umrandung zu protten. Der Erklärung. So ein harter Höchst. Ey, Mike, ne? Dieser Tipp von dir. Entweder machst du irgendwas... Krasser eins für sich treten als Marvin. Du hast noch deinen Trank, ne? Ah, so geil. Du bist so bad. Du bist so bad. Was? Muss ich dir noch erklären, wie man ein Camp macht, oder was? Ja, mit dem W ging's nicht. Hättest du deinen Trank genommen, hättest du es geschafft. Ich hab ihn genommen, guck doch mal den Scheiß auf. Ja, ganz am Ende. Der hat gar nicht mehr geschafft zu wirken. Ah, please, ey. Da hört man einmal auf Mike. Nö, mach doch mal easy mit. Ey, der musste... Alle haben's gesehen, ich hab's aufgenommen. Du hast richtig scheiße das Camp gemacht. Ich will keinen scheiß Camp machen, wenn ich das für zwei Tränke verbrauchen muss. Fuck. Selbstbeziehung total hat meine Wehe abgebrochen. Nein, das ist schlimm. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Oh, du kriegst nicht mal die XP davon. Das ist D-Ton. Ich feier's ja irgendwie ein bisschen. Oh, Mann, ey. Hast du noch zufällig beim Camp geflasht? Ich sag ja. Ja. Oh, hier ist der Ding. Ich komme. Ich bin... Oh, da können wir eigentlich den ficken. Ich komme. Das ist gut. Als wenn du nicht wuchst, grüß. Oh, jetzt kommt doch her. Warum, Alter? Hab die Ignite? Scheiße. Boom. Das sieht gut aus. Ich glaub, der Knotier ist nicht so gut. Ich glaub, der Knotier ist nicht so gut. Äh, fuck. Besser ging's leider nicht, weil sie ihn auch noch weggeflasht hat. Macht nichts. Oh, das ist nicht so gut. Ja, die haben beide so eine kleine Sumse mehr. Hieß mal Licht. Hieß mal Licht. Hieß mal Licht. Aber nice. Wir kennen die Tower Dive. Ich hab Exhaust. Jetzt kommen die Tower Dives. Die sind jetzt schon gekommen. Ich hab noch Kiel, wenn du zuerst angreist. Ja. Wir hauen ab. Ich nehm noch die Waifu. Nice. Das war richtig gut Marvel. Jetzt hab ich doppelten CS. Zweifachen Farm. Doppelbar. Sehr stark war das. Nimmst du den großen? Ja. Ich nehm den. Wollen wir noch ein bisschen bleiben? In Green in Turkey kein War. Das muss gar nicht. Ich glaub ich gehe weg. Das ist kein War. Das kann mir nämlich nichts wirklich leisten. Sie hat kein Flash. Und sie, äh, hat auch kein War gekauft und auch ziemliche Scheiße sogar im Winter. Und ich hab das aber. Willst du von unten direkt kommen? Jep. Nice. Jetzt geht's los. Ich komm von hier. Aber ich feier den Anfang von Deko. Ich weiß auch noch nicht was genau passiert ist, aber... Oh, scheiße. Ich hab einen Minion getroffen. Jetzt verteilt er Schellen. Jetzt verteilt er Schellen. Ah, damn. Schade. Was war passiert? Ich hab's gar nicht mehr gekriegt. Ich hab einen Minion geäselt. Ach, das... Das wird ein Kill, ne? Sonst? Jep. Das wird mir sehr gut gelungen. Naja. Der Wart hier hilft mir sehr. Danke. So viel Minions! Wir können ja mal ein bisschen abwarten. Wen haben die im Jungle? Den Brawlav. Okay, ja. Dekoram ist Level 6. Prozent Prozent möglicherweise bei dieser Wave in sechs Oh! Ich muss noch meine Box ein bisschen lauter machen, ne? So! Ah! Wir fehlen drei Erfahrungen Hättest du mal den Minion im Camp im Wald geschöpft, ne? Hättest du mal nicht so unnütze Erfahrungen, Trips zu geben, ne? Ich geb dir einfach die Challenge Wie sie in der Mitte ist, Vorsicht! Ist sie sechs? Ne Hier ist Olaf Das ist Brawl auf, okay Das ist Olaf gewesen Oder Jenna, kommst du hier, oder wo was? Ja, so ist jetzt auch gerade wieder Richtung, komm, ne? Ja Ich rotier mal ganz kurz zur Top Schaffst du's? Ja, läuft schon weg, okay Hier, glaub ich, bin Vorsicht Jetzt hat die Oriana Ich bin wieder im Crap geklaut Ach, die Blue komm ich Mit lane, ulti Ja, all in all, war's in Ordnung Hm, ich hab immer noch Heal Ich glaub, er hat's eins wieder Hmhm Let's hope Jetzt hab ich's Na, vielleicht hätte ich sie killen können Können wir bot lane? Ja Ja Dann können wir Warte bis Olaf weg ist Okay So, wir werden aus der Länge gepusht Das funktioniert Ich könnte mir mein Dings machen, aber ich spare lieber direkt Na, das wird nicht Äh, wollen wir hier gucken? Der müsste jetzt ab sein gerade Der müsste jetzt ab sein gerade Ist ein Pink drin Nein, 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 nein Der ist da? Pass auf, wegen der Bot schlägen Ich... Mach den einfach, mach den einfach Ah, okay, ja, okay Ich dachte, du gehst rein Ich hab den mal genommen, ne? Und raus, und raus, raus, raus Wir können gar nicht Jetzt kein Exhaust mehr Warte, wir können fighten mit Thresh Was? Soll ich kommen? Will keiner? Na, der kommt nicht weg Best du sagst Bescheid, wenn du so rein gehen willst Ja, ich will dich zu sagen, aber mal Ja, fighten mit Thresh Aber jetzt einfach rein, da Hier? Ja Kannst du ulten, wenn ich ulte eigentlich? Geht rein! Geh, jump rein! Ja, ich Kennt die unbedingt drauf, hm? Schade Ist ein bisschen aggressiver Erroria hat keine Ulti Ist egal, ich fahr mit, Alter Kriegst du den überhaupt mal? Korki Korki Jetzt kill den endlich, ey Was soll ich denn machen? Ja Na warte Ja, Korki und Janna streicheln da immer noch rum Ist in Ordnung, ich kann chillig fahren, mein äh Gold-Item Kann Yasuo eigentlich Korki ulten, wenn der mit Valkyrie wegspringt? Nein Nein Ist ja kein Knock-up Aber ist nur in der Luft Da hast du weg Das heißt, ich müsste quasi Kaylee immer ultieren können, wenn sie fliegt Eigentlich schon, ne? Jetzt fliegt Wisst ihr wo deren Jungle ist? Weil ich hab so ein Gefühl, ne? Ja, wie ist denn jetzt hatte ich keinen? Ah ok, sie kriegt du ja Oh! Oh! Auch wenn er aggressiv reingeht Da hast du ja hier, ne? Ja Ich komme mal langsam, Bot Wo ist denn deren Supporter? Ah, der ist tot Tot Der müsste eigentlich wissen, dass ich hier bin und jetzt abgehauen bin Nö Ich glaube ich bin auch tot Können wir Drake machen? Mhh, ich bin totes Low Aber wobei, doch wir können Drake machen Ja Da muss aber jeder kommen Dann machen wirs Müssen wir schnell machen, wenn Oriana jetzt ne 4-Mann-Ulke bringen, sind wir alle tot, ey Olaf könnte auch zu euch kommen jetzt Das gehen wir wahrscheinlich Sehr schön Puh, ich hab so viel Money, Money, Money Wie viel? Money in the bank, got money in the bank So Machen die da Zack Na leider kriegt das nicht Hilfe, aber dafür Und 2 Awards und so Ohhhh Dieser Einkauf, jetzt gibt's, ohhhh Jetzt gibt's Schellen Ich will wissen, wie, wie es bei Deko läuft Deko, 10 Mal Musst du noch selbst eine Wunde streuen Ey guck, er tappt da erstmal Hm, wer viele? Deko, 0, 2 Deko, wie sieht's denn bei dir aus? Na ja eigentlich, der erste Kill ist ja von den Minions Aber, ja ich wurde grad gekillt, weil Olaf top war Mit dem Nasus komm ich easy klar, aber leider Kann ich ihn nicht killen Easy Popo und Tiso Easy Popo und Tiso Easy Popo und Tiso Ja, kriegst du noch Gold hier? Mh Mh Ohhhh Der Typ Oh Gott Oh Gott Können wir fighten? Ja, können wir Ja Okay Da Henteln, Henteln Okay Da geht noch was Dieses Game Sag ich Da geht noch so einiges Du kannst Ulten, wenn ich mal Locker mache Good for the kids Oh, ich krieg mein Ulti nicht durch auf diesen paar Sekunden Okay, mal dann mehr Huffakis, bin ich am Arsch Killt sie alle Lass mich die Minions, ich will mein Hassler Q aufladen Oh fuck Ja Jaaaaa Harder, better, faster, stronger Nice Oh my god Over 9000 Ich hab erstmal wieder Todesfett Geh dann nochmal so zwei Messerstiche in den Rücken Ist da nochmal für dich? Okay Freund, du hast richtig cool mit deiner Ulti drei Leute ganz minimal genockert und Das war der Plan, dass du da Ultis zu machen Ich hab schon meine Ulti, mein Air gespampt, aber es kam nicht drauf Aber letztendlich ist ja gut drauf Aber alles hyper hyper Alles super hyper Drakon 3 Wie viele Stacks hat Nasus? Er ist 200 Das reicht ihm noch nicht Ich geh mal Toplane Du bist jetzt für Dive Deko, ne? Hast du keinen TP? Ne Du bist mutig Aber ich komm ja auch Jenna ist mit Wenn er dich diven will, komm ich mit der Lantern Wenn ich Shuffle, schupp sie zu dir oder so Ne, will ich nicht? Ich bin so aggressiv jetzt, wo ist der Urlaub? Okay, hier ist ein Ward Er ist doch nicht gewardet Ich hab eh kein Mana für Connection Jenna ist auch Bot Ich Ich komme Du weißt schon, dass er dich ficken kann, ne? Ah! Kriegst ihn? Ja Einfach richtig Yolo, ey Ne, ich hau mal wieder ab hier, ne? Geh jetzt mal ganz schnell zurück Du hast doch keinen Mana, was willst du denn tun? Meister Ja Das war dumm von ihm Du hättest ihn nicht bekommen unter dem Tower Aber dadurch, dass er nochmal rausgegangen ist Fährst du gut aufzunehmen Könnt ihr pushen? Ja Und Hickering Bam Vorsicht, Jenna Mach den Tower, mach den Tower Guck mal wie er sie ignoriert Lacht noch, lacht noch Mr. Michael P, teach how to disrespect Oh der Hulk Oh 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 Nee 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 Red Vorsicht, aber Bot ADC ist los, okay Bla bla Drake in einer Minute Prepare your allerwertesten So Ist up gewardet, kann leider gehen Ich bin nicht so Yolo und dass es aber noch funktioniert, macht so Spaß Ich geh wieder direkt rein in zwei Yolo Oh, guck mal was hier ist Ich komm mal, ich komm mit diesen drei Leute noch Mein Bro Das ist ihn Woppa woppa Wo ist jetzt 2 und 4? Jetzt ist Dekomarsch Schade Das sind so viele Leute Wir kommen Wir kommen Ha 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 Hoppa 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 Yes Oh Gott Den holen wir uns auch noch, den holen wir uns Please eh Move Achso, da kommt ja gar kein Ende, ne? Da geh ich einfach rein Was ist so los? Kannst du ihn denn noch rum? Wie mit der Sue Klar kann er das Komm Deko Schade Schade, schade Wird ihn bitte nicht pushen, ihr greedy Chakos Geil jo Die holen Kills Los, die machen jetzt Draco, Chaco Was will sie machen? Easy Cheese Oh da kommt der Schmul auf Was will sie machen? Was will sie machen? Easy, cheesy Oh da kommt der Schmul auf Ich weiß gar nicht, dass wir ihn machen Ich müsste halt rankommen und das tue ich nicht, wenn du sie wegschulst. Oh blöd. Habt ihr noch weg? Wo? Jemand so gut. Loll, warum man sie 0 damage bekommen? Äh, Janne Schild. Janne Schild, Janne Schild, Janne Schild. Wo rast man? Nasus kommt auch. Ich geh weg. Ich hab auch 1.8, dort genannt. Wo soll ich schubsen? Hier auf Janne. Ich hab keine Werte. Achso. Okay. You can't get away from me. Oh. Loll, der red buff. Hä, wo ist der? Achso, Loll, er ist dort. Sehr schön. Kann jemand tanken? Ja. Nein. Mehr tanken, ich nicht kommen. Yes. Rapp. Easy. Da geht er durch. Da geht er durch. Power weg. Wie durch Butter. Komm, das wird ein perfektes Game, ohne einmal zu sterben. Ey, wie die Gegner sind grad echt alle Challenger und wir ziehen die so ab. Wie, wir haben Tower vor... Ey, Toplane, ne? Rapp. 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 Ich habe gerade für Deko gesagt, wir müssen zusammenhalten? Was ist das für'n Tag heute? Janna kommt hier. Oh, kriege ich ne Läfter? Marvin? Ja. Ich bin bei dir. Renten wir lieber den Deko, oder? Muuu! Ei essen dich! Oh, hallo, oh Rianna, hallo Rianna, hallo Rianna! Ei essen dich. Ei essen dein Gesicht, während du lebst. Oh mein Gott. Wollt ihr Barret machen? Ja. Sind 20 Sekunden tot? Frau, ich bin auch so fett. Geht das? Wo seid ihr? Du hast gewonnen. Schaden, schaden. Kurz und knapp, das war mal wieder die Reißkombande, die irgendein anderes Random Team wirklich von 0 auf 100 zerstört hat. Von daher schaut euch die anderen Nails an, den Link zu deren Kanin findet ihr in der Beschreibung. Danke auf jeden Fall an den Relogdown. Gold 3! Gold 3 Promoted! Wuhu! GG, Alter! Das muss ich jetzt auch noch sehen. Haben wir Gold 4 übersprungen? Dank an Lockdown, das ist noch ein Video. Das ist sehr freundlich. Wir haben Gold 4 übersprungen, oder? Gold 4 übersprungen, ne? So schnell geht das! Wuhu! Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Palin! Danke! Danke! Danke!